Sachen, die man bei Timo auch verbessern kann. Oh, da hat er mal wieder mit rechts gespielt. Sensationeller Ballwechsel, bevor du das mir erklärst. Das wollte ich gerade eben sagen, da muss ich jetzt erstmal unterbrechen. Man sieht das jetzt hier, er wurde durch den langen Aufschau rausgedrängt, wechselt den Schläger in die rechte Hand, spielt ein Vorhand-Topspin.